Servus Simon, jetzt wollte ich grad hier meinen Osterhasen verdrücken. Was gibt's? Ja, du brauchst nen Ball fürs Online-Training am Ostersonntag. Hatte der Osterhase keinen vorbei gebracht. Ja, schick ich dir vorbei. Oh! Mann! Mann, Adrie! Mann! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Und jetzt Simon. Oh, Thorsten. Was ist das denn für eine Bogenlampe, ey? Lass dir von deinen Kids mal zeigen, wie in ein paar Tricks gehen und vor allem, wie man Flugball in den Fuß spielt. So, Jungs. Und jetzt können wir mit dem Cybertraining starten. Okay. Servus, Jungs. Servus. Ich hoffe, euch geht's gut. Wir werden jetzt noch ganz kurz unser Ostersonntag-Cybertraining machen. Und dann... Ich hoffe, euch geht's gut.